Mit einer vollen Einkaufsliste sind wir zurück in Soma, in der Station Omicron. Wir haben einen tollen Plan. Wir sind an diesen angewessten Körper reinflanschen. Super! Das ist in manchen Ländern illegal, glaube ich. Ja, vergiss das nicht. Schauen wir mal. Storage, wenn es da mal keinen Akku gibt. Kein Akku. Oder doch? Was ist denn hier los? Die Schränke plötzlich abgeschlossen. Was soll denn dieser Raum hier? Das soll uns nur verwirren. Ein roter Hering. So Heringig war er jetzt nicht. Das kennen wir hier alle schon. Ist jetzt hier irgendwas? So. Nee. Irgendwas reintun noch später. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Kann man eigentlich das irgendwie drehen? Ging das irgendwie? Mit R gedrückt halten? Geht nicht. Spielst du die Szene aus Irreversible nach? Geschmacklose Witze hier von dir. Was denn? Ist doch so. Da bräuchte ich mehr Feuerlösch. Da blinkt was. Wieso? Da reicht doch einer. Ja, aber dann mehr Zeit. Was? Wo blinkt was? Oder ein weicheres Ziel. Klingt dann irgendwo was? Du redest hier nur Quatsch. Hinter dir. Hinter dir. Da rechts jetzt an dem Computer. Was? Rechts hinter dir. Nee. Die Platte da. Nee. Okay. Ah, das kommt ja gleich wieder. Ich muss aufpassen. Der böse Mann. Laboratory ist abgeschlossen. Müssen wir eh wieder runter. So. Rechts vorne. Terminal. Schau mal. Da. Da kannst du was machen. Sachen machen. Reader Ruff Ruffy. Jacob Halperin. Halperin. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswertes Knochenwachstum, dass seine Wahrnehmung zu stören schien. Habe ihn zu näherem Studium hereingebracht, wobei er sich dann aber versteifte und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding aber wieder zum Leben außerhalb des Wassers. Habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder herausnehmen konnte. Das ist wohl ein Fisch. Wie kann ich ausgehen? Shelley tot bei der Ankunft. Claudia Eames. Der von Arrival. Darby und Waldeck identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwarzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Heil verschmolzen. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendetwas verursacht dies und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag, über den Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Johann Ross. Tod bei der Ankunft. Claudia Eames. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Johann Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im Gerichtsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Architeam noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder dahin untergehen. Ja, läuft alles gut. Und da hinten war, da ist auch an dem Terminal rechts, da kannst du aber drücken. Drücken. Du bist ja im Mittelbereich, Omikron Lockdown. Okay. Du bist jetzt in Containment. Deep Diving Prep Room, waren wir schon. In Firmary, warst du ja auch schon. Genau. Biologic Laboratory. Zwei Sachen zu. Genau, und Hydroponics, da warst du, glaube ich, auch schon. Und hier geht's jetzt herunter und hier eigentlich auch. Oben, Containment Power Room, Mass Hall, Containment 2, Air Lock, okay, ein bisschen was abgesperrt. Und unten Dress Room, Workshop, Containment B. Moteingriff. Hol den Virus. Fehler erkannt, Maschinenraum, Systemüberlastung. Das ist jetzt Käpt'n-Laufwerk. Oh, Minesweeper. Ich glaube, du musst alle verbinden. Ja. Alle miteinander verbinden. Wie das Haus von Nikolaus, zerstöre die, wow. Ja, irgendeiner kontaktiert uns da. Ja. Aha. Boah. Ach, das war das nicht. Echt fit. Kannst du den anzapfen? Nee. Weißt du, endlich wieder mal Musik. Ich mag das alles nicht. Ich schon. Ich geh mal runter jetzt in den anderen Raum. Warte mal, schau dich doch mal erstmal oben ganz überall um. Ich wollte ja erstmal unten jetzt, weil ich dachte, sonst machen wir das irgendwie gar nicht mehr. Ja, dann macht das. Sonst machen wir das nämlich gar nicht mehr bestimmt, oder so? Wir machen das bestimmt trotzdem, weil man wahrscheinlich überall hin muss. Genau, hier kommt es rein, hier geht es nicht durch und hier ist dieser... Da ging es auch mit dem Noteingriff dann. Wir wollen ja vielleicht das gleiche für den Unterbereich machen. Wenn man die, die an die Tür auch noch aufmacht. Vermutlich. Sao vor. Mal gucken. Aha, okay. So im Oberbereich anscheinend gibt es am Ende auch noch. Also kann man auch wahrscheinlich noch mal schauen. Robot Repair Bay. Kann ja nicht schaden, oder? Vielleicht gibt es ja da einen Akku. Das ist echt alles abgesperrt. Bomberman. Und unser kleiner Freund. Und die Bullen, die immer übernommen werden. Und die Leute dann bekloppt werden. Und wieder so ein Logikrätsel. Ah, da kannst du den Cortex-Tipp dann auswerfen lassen, wenn du es richtig machst. Ja, da kannst du es irgendwie mal drehen. Und dann ist es weitergeleitet. Du musst es aber so drehen, dass der Cortex-Chip rausfliegt. Also du musst alles nach unten lenken. Jetzt. Heißer. Guckt uns das so vorwurfsvoll an. Hör mal. Wenn der wüsste, was wir mit dem vorhaben. Na dann. Cortex-Chip Hammer. Fehlt noch der Akku und ordentlich Strukturgel. Immer nach Leben. Genau, was er früher irgendwie so das Freitagabend an der Tankstelle doch einmal besorgen musste. Oh, aha. Sehr androidig sieht das aus, ne? War geil mit so einem Lüfter da vorne. Ja. Vielleicht ein bisschen übertakten. Mit dem besseren Lüfter verbauen. Ist aber Alien so geil, wenn der eine durchdreht. Der ist echt cool, ja. Also wie das aussieht, wenn sie ihn dann kaputt hauen. Hier ist auch wohl jemand durchgedreht. Unheimlich. The Heart of Alpha. Find Tau and Alpha. Take the gel to Alpha. Wenn man dann alle anfangen so zu schreiben. Daran erkennt man, dass einer wahnsinnig wird. Wo es geht, manchen Freund von mir, der hat mit mir einen Physikleistungskurs gehabt und kann in der Richtung auch einiges. Und es ist jetzt irgendwo in der Raumfahrttechnik irgendwie. Entwickelt da Raketen, keine Ahnung. Also wirklich so in die Richtung. Der hat aber echt was drauf. Der schreibt wie so ein Elfjähriger. Die Schrift ist halt total krakelig. Und sieht echt aus, als ob er gerade schreiben gelernt hat. Oder sonst war es so ziemlich klug. Aber schreiben kann er halt nicht wie fünfhändig. Das sieht mir total scheiße aus. Aber andererseits ist er schon, schreibt wie ein Elfjähriger, aber geistig war er immer schon so, fünfzig immer so. Der hat schon Anfang zwanzig, hat er irgendwie so einen Golf gehabt von seinen Eltern dann. Und er hat einen Teppich im Kofferraum gehabt. Und so ganz komische Sachen. Aber wie, er hat ihm noch so gefehlt eigentlich so eine Toilettenpapierrolle so mit gehebeltem Übersatz hinten auf der Hutablage. Oder diese Holzkugelrückenauflagen. So ist der, er ist komplett so drauf. Das ist ja super, der Typ. Zum Thema Alter und Raumfahrt. Letztens war es gelesen. Ja. Das war ein Podcast, den ich aber noch nicht gehört habe. Wo man gar nicht so drüber nachdenkt. Alpha Nix Medicine. Also Alpha ist auch wieder irgendjemand. Das, die Voyager-Sonden sind ja immer noch unterwegs und immer noch erreichbar per Funk. Und man kann da immer noch Daten abzapfen, beziehungsweise muss sie immer noch warten oder man muss auf jeden Fall immer noch mit denen in Kontakt bleiben. Und das Geile ist, dass die Leute, die halt damals die Voyager ins All geschossen haben in den 70ern, dass die jetzt natürlich nicht mehr so jung sind, wie damals noch in den 70ern. Das heißt, es gibt so eine Truppe von ein paar wenigen, oh, mach das Ding mal wieder an, ein paar wenigen Rentnern, die immer älter werden und die vor allem auch immer weniger werden, die noch in der Lage sind, die Voyager-Sonden korrekt zu bedienen. Das Wissen kann man ja weitergeben. Ja, aber es ist ja quasi so die Expertise und die Übung, wie es halt manchmal nur, keine Ahnung, dass du manchmal halt auf den richtigen Terminal irgendwo draufhauen musst, damit das Ding dann wieder läuft. Das werden halt immer weniger und die werden auch noch immer älter, das finde ich eigentlich schon ganz cool. In den Abgrund, nimm es zur Alpha. Take it to Alpha in der Biss. Okay, im Abgrund ist irgendwie Alpha. Und Alpha braucht Medizin und Alpha ist, ich mache das Gel und Alpha Alpha. Alpha ist ganz toll. Ich glaube auch. Audio Player. Gehen wir nochmal chronologisch vor. Nimm das Gel. Dann werde ich was gesehen. Echt? Ja, stand hier hinten in der Stil. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Mhm. Tau, please respond. This is Rowley Herber calling from Omicron. Die ist schon tot. Please respond, Tau. Auch schon tot. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with our power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. I just wanted to check in before we pass the last word from Lumar Pro. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to give us up. You heard that, right? Don't worry. We won't forget. All right. We won't forget. We won't forget. Good luck, guys. Wir leben. Wir leiden. Wir leiden. Wir leiden wäre freundlicher gewesen. Ich wünsche dir Leben ohne Leiden. Und eine Hand, die deine hält. Ich höre, Herbie. Was ist da? Ich wollte nur noch mal schauen. Ich muss etwas machen. Ich könnte nicht nur noch ein paar Tage sein, okay? Rally, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, Drask. It is. Okay, dann. Stay safe. Hör mir zu. Hat die Herbie hier das alles gemacht? Könnte sein. Dann war die auch nicht mehr so fit. Mach doch mal hier da reinlangen. Nein. Doch. Ich bin nicht immer da reinlangen. Uns geht's gerade ganz gut. Na, schön. Ich sah nicht. Ich muss manchmal ganz froh sein, wenn man gerade nicht reinlangen muss. Boah. Okay, 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 okay. Chill mal, Mann. Boah. Der war aber vorher noch nicht da. Das wird langsam echt unangenehm. Finde ich gut. Ich finde es gut, dass jetzt ein bisschen was vorwärts geht, so psychomäßig. Psychomäßig. Da hinten haben wir noch nicht angeguckt. Da geht es auch noch nach oben. Erkundige erst mal die Mitte. Und dann gehe ich nach oben in die letzte Etage. Ich mag das nicht. Keine Verunreinigung. Dann scheinen sie mir sauber. Ich weiß nicht, wie es hier drinnen aussieht. Oh. Überall die Leute ohne Kopf. Wir haben mal das falsche, zu aggressive Shampoo benutzt. Kommt davon. Regain. Haarausfall. Was? Kopfausfall. Da hilft Alpecin. Regain. Regain hat viel bessere Haarausfallwerbung. Der kann sich jetzt noch nicht mal mehr in der Dusche hinkauern und weinen, weil ihm irgendwas Traumatisches widerfahren ist. Wie man das so macht. Testformel Strukturgel. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. So optimal. Da ist auch eben rechts systemischer Schock in Klammern tot. Oh. Ah, da wird das Strukturgel irgendwie analysiert. Und es wächst. Es gibt es ja tatsächlich, es gibt ja so Flüssigkeiten, die du, ja okay, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet, die du mit verschiedenen Spannungen kannst du da anlegen oder so, weil da irgendwelche Sachen drin sind und die werden dann fest und gehen in gewisse Formen. Achso, das gibt es ja, genau. Ja, ja, ja. Verbindung Lisa Cameron, 23. März. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile, sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die die Wow am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexere Maschine angewendet, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Wir können das Gel zu unserem Vorteil nutzen, Gel wahrscheinlich, aber dazu muss es vorher unkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Okay, da fing es an. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, wir müssen sie aufhalten, während die Lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die Lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, dass sich das Gel darin erhärtet hatte. Krass. Zombie-Gel. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Gute Idee. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Ims. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkte katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafhandel. Zerstöre die Wow. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorherigen Maus wird mithilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung im Tier erzeugt. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Fernzusteuern. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichteten Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die Wow, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die Wow benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der Wow über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da wir ja von einer KI reden, aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadcode oder eine um sich programmierte Gnadentötung handelt, aber es sieht nicht danach aus, als ob es uns das Überleben leichter machen würde. Okay, bis wir mal mehr zum Strukturgel erfahren, wie das anfing und was das für Auswirkungen so insgesamt hat. Noch mal ein Zettel. Okay, wir haben verschiedene Grafen. Dead Speed, Ratus Norvegicus. Die Ratten halt. Da ist auch das Gel im Schrank. Unkalibriert. Oh. Natürlich. Wenn ich einen anderen Schub gehabt habe, der so eh nicht aussah, würde ich ihn da vielleicht einsetzen. Nee. Was machen wir mit dem Unkalibriert? Okay, interessant. Dispense, Zelle, Rack. Aha. Kann ich aber vielleicht reparieren hier. Da ist eine tote Maus. Mit Chip. Ah, das ist so ein bisschen wie so ein... Ja, am Jahrmarkt. Ja. Das kann ich super. Ich hole dir... Was möchtest du haben, Daniel? Den Teddybären. Okay. Mach ich. Gel drauf und alles wird gut. Das war schon ein Buch. Ah, und jetzt in dem Aus rein, oder? Ich glaube, ich muss den Chip da rauflegen und da Gel drauf machen, dann kann ich das wieder aufmachen. Achso, dann kannst du... Mach ich weg. Versuch doch mal, die Maus zu aktivieren. Hahaha, okay. Mach mal das mal. Vielleicht passiert ja was. Ja, das sehe ich schon ein paar Mal. Vielleicht hast du im Kuh, stimmt schon. Ja. Ich komme zurück zu Leben. Oder etwas wie es. Sehr schön. Wie ist denn schuld daran jetzt? Tolle Idee. Wir haben Leben erschaffen. Hervorragend. Super. Verbessert. Nein, ich weiß ja nicht. Der Wahnsinn, unkalibriertes Gel, das ist halt nicht entscheidend, was Sie meint mit dieser möglichen Schad. Das ist noch nicht mit Zeug aufverseucht. Ja genau, sondern hat aber nicht ganz so starke Möglichkeit, also die Gratte, die Sie mit dem unkalibrierten Gel behandelt haben, ist jetzt nicht so sofort zum Leben erwacht, war nicht so aggressiv, die hat nicht gekillt, aber die war irgendwie so ein bisschen katastronischer Zustand, aber am Leben, so wie ich nachher auch glaube ich. Und Sie konnten mich so ein bisschen kontrollieren, aber interessant, was wir mit dem Gel anstellen. Es fehlt uns nur noch der Akku und dann können wir den Taufe anzuchen und damit endlich in den Abgrund. Vor allem haben wir das unkalibrierte Gel und werden damit nicht selber sofort zum Baus klauen, wenn wir das uns reinbeißen. Wenn wir uns ja an diesem, den dann sowieso schon ständig vollgepumpt haben, glaube ich. Das ist Gel und Fleisch. Ja bestimmt. Ja, ein bisschen. Also, wir sehen uns dann in den nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.